Warum platzierst du den nicht direkt? Die Ehre möchte ich euch überlassen. Ist klar. Hier, setzt du auch noch eine? Ist schöner, wenn man die selber setzt. Habt ihr jetzt Brass irgendwo noch umsortiert, oder? Ich hab 31 in der Tasche. Weil ich dem ja auch nochmal Brass auf Tasche hab hier. Haben wir denn noch Clay Remotes? Ich schmeiß die sonst... Ich hab Clay mitgemacht. Oh, super. Sonst mal ganz nach oben hier. Ganz rechte Box hier. Was? Jo, man. Ich tu das Clay auch da rein. Alles so zum Einschmelzen. Was magst du alles, wie du wollt? Äh, Brass. Ich schmeiß die mal raus, gell? Scrap Iron, wollen wir das nicht gleich mit wegschmelzen? Mach sie mal rein. Alles rein da. Ach so, ja, stimmt. Ja, hab ich zu spät, äh, realisiert. Los, wir gleich. Jo. Äh, Waffenparts. Würde ich mal sagen, machen wir uns sonst auch mal eine eigene Kiste. Ach so, das ist das schon hier oben. Alles klar, sie schon. Äh, das, 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 das Monifion hatte ich ja auch irgendwo gesehen. Aber die brauche ich... Ja, das Papier, ach, ich brauche das Papier als Bücherregal. Da hast du wahrscheinlich besser aufgehoben. Na, Mosi, brauche ich erstmal was zum Anziehen hier. Das ist fast wie bei Adam und Eva oder Adam sucht Eva oder wie das heißt dann. Ja, genau. Adam sucht Eva. Adam sucht Eva. Schlagzeile in der Bildung und einsteigst fest, dass es war großer Penis, große Liebe. Adam sucht Eva, das heißt ja, mein Gott. Warum habe ich eigentlich eine Forge aufgenommen? Weil ich die hingelegt habe. Warum? Weil du eine bauen wolltest. Ich bauen wollte, ich wollte gar nichts bauen. Ah, ich gehe mal Bäume fällen. Um ein Uhr? Ja klar. Bis wieder einer weint. Ja, klar. Wir brauchen doch Holz, Kinos. Faframes könnte ich mal noch machen. Faframes. So, Baumfall um. Zack. Fünf Woodlocks. Einmal hin. Jetzt mache ich sogar mein Licht noch aus, aber es ist noch spannender. Das auf Eisen soll es auch erstmal nicht mangeln. Oh, das ist schnell genug weg nachher wieder. Erstmal. Ich hau noch ein paar Bäume kaputt und dann... Baums, baums. Steine hatte ich doch auch hier irgendwo. Ich habe auch noch ganz viele kleine Steine, wenn du brauchst. Nö, wir haben ja auch noch welche hier im Lager. Oh, damit bin ich leer. Ich habe ziemlich ruhig hier draußen, muss ich sagen. Wir haben jetzt alles aus Eisen, ne? Ich glaube ja. Ne, ja, also... Mal noch ein bisschen was am Material, ey, hier an Tools noch bauen. Aus Eisen. Das ist ein Kram. Ich weiß gar nicht, welchen Level ich habe hier. Level 10. Oh, wie sieht es aus? Alles voller Dosen, Bierflaschen, Wasserflaschen. Wir haben Männer weggehalten. Das ist die Kacke im Urlaub. Man kommt zu nichts im Urlaub. Man hat so wenig Zeit. Richtig, richtig. Da steht man morgens auf, denkt man sich akkurt an den PC und dann ist es schon wieder nachts. Schwerer Fehler. Textur, Map failed. Schieß mich tot. Your Videocard or Driver froze. Irgendwas reset. Oha. Ich bin jetzt gerade aus dem Spiel rausgeknallt hier. Ne, ich bin wieder drin. Was auch immer das war. Alles gut. Ich komme ins Haus. Doch, vorsichtshalber. Wo ist die Tür? Einbrecher erschießen. Oh Gott. So, ich habe jetzt 46 Woodlocks. Das sollte erstmal reichen. Für ein bisschen was. Dann mache ich uns da ja mal ein paar Kisten. Dann können wir mal hier ein bisschen Ordnung schalten. Ja, auf jeden Fall. Ja, da oben hier schön am Bier sippeln. Was? Sie ja. Dann bin ich nochmal kurz AFK. Ja, ich auch. Bis gleich. Jo. Ne, Blutforscht. Das Rennen ist an, aber da ist... Joa. Da, 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 da. Machen wir mal gleich eine kurze Pause. Ach mein, OBS ist abgeschmiert hier. Oh, ich habe Angst vor dir. Hast du Schaden bekommen? So. Weiß ich nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Jo. Echt krass. Da muss springen die Feuer echt an. Werden rumgeballert. Jetzt kommen die Zombies. Jetzt gibt es Action hier. Der, der Biron. Der muss wieder testen, ob das geht. Und muss mich abschießen. Ich schmeiße dir mal zwei Fake-Killer dahin. Ich habe noch zwei Forges hier. Warte mal, die baue ich noch mal irgendwo hin. Mögest du noch irgendeine Mold? Ich habe noch eine Eisenmold. Hab ich schon gemacht und hab noch achtmal Laptoplay. Hast du noch Clay? Gib mal mal, acht ist zu wenig. Wer hat den Bierschrank weggehauen? Gib mal... Und Bier hier. Also nachts rennen die Zombies auf dem Server. Gib mir mal bitte zehn Clay. Aha, wie soll ich jetzt zehn geben, wenn ich nur acht habe? Kannst du dich noch eben noch zwei holen? Soll ich erst Tipps oder erst Kulitz machen? Schau mal, ich habe ihn noch mal angeschmissen. Erst Kulitz. Ich schau mal, vielleicht kriege ich es hin. Ach, das war eigentlich ein Spaß. Ja, passt schon. Ich kann das ja nicht zulassen, dass du schon wieder führst hier mit den Toten. Ich hau mal links in die... Neben die... Ach, ich dachte mir besser nichts mehr. Eine Brass-Mode habe ich schon gemacht, gell? Ja, aber ich wollte lieber eine Chasing-Mode machen. Warum stehen uns eigentlich immer die Zombies auf dem Blumenfeld denn? Weil das schöne Clay ist. Ich habe eine Brass-Mode machen. Wo waren denn die Bullets und sowas? Ähm, zweite Kiste unten rechts Da sind die auch schon Chasings Hier sind auch nochmal sechs Ich schmelze das Breath jetzt mal direkt zu Chasings Ja Ja, sollen wir dann gleich mal ein bisschen Potassium, Kohle holen Dann können wir Schießprober herstellen Blei, dann können wir doch schon mal ein bisschen was an Kugeln herstellen Aber wir haben auch, glaube ich, gar keine von den Plänen gewacht, oder? Oh, meine Faulty Pistol Haben wir denn Was? Achso, okay, haben wir schon Gut, ich baue dann schon mal sonst ein paar Tools Werd für euch den höchsten Level Ich glaube, ich Welchen denn? Ah, nee, du Ich bin neun Ich habe zehn Ich habe auch zehn Dann müsste es passen Dann baue ich mal was Dann mache ich uns erst mal Iron Pick Axes, ne? Oh ja Warum habe ich ja hier 80.000 verschiedene Bugs Also ich trage zweimal Sachen, die stinken Socken Ich regeneriere viermal langsam Leben Wollen wir denn jetzt gleich alle in die Mine, oder? Also eine nünftige Mine finden Mosi, hast du dir Eisen aus der Dings genommen, für Werkzeug? Ich habe gar nicht aus der Mine erheißt Ich habe es rausgenommen Ich muss gerade abhauen Wie soll ich dir entgegenkommen? Äh, vier, fünf oder so habe ich am Arsch Ich bin nicht weit vom Haus weg Wo bist du denn? Bist du der da unten, der gerade Klatsche kriegt? Oh Mann Oh Mann Wir haben ja ein kleines Problem Was denn? Wollong es so ein kleines Problem ist Äh, ist alles okay So, ich mache mal ein paar Kisten hier oben hin Ein Zombie Kick mal einer, sie So, ich habe jetzt gleich vier Äxte Und vier Iron Pick Axes Scheiße Ich bin draußen Lass ihn rein Ah So, sobald ihr den Kopf durch die Tür steckt Pam, tot Komm Das klappt ja gut Reaktion bin ich da Äh Okay, drei, zwei, eins, Action Oh, ho, ho, ho Weitere, wenn du die Tür aufmachen willst Na klar Wie gesagt, Action Scheiße, kaputt Hahaha Noch einer So, was geht da? Was geht da? Da ist doch noch ein Kriecher hier Was macht ihr denn? Pest im Haus hier Ja, ich habe Angst, den Mori zu erschießen Wenn ich, äh, ein Kriecher schieße Ich bin nicht gewohnt So Eine Kiste ist aber ein bisschen ungünstig Die oberen zwei Kisten rechts Da sind, äh, Äxte drin Und diese Iron Pick Axes Was, wer macht denn da so eine Kiste? Was war das? Warst du am Bluten? Nö Ich glaube nicht Infiziert Muss ich M&M's essen Wo ist denn dein Rucksack? Hör auf Ne, der ist nicht da Das meine ich Der ist echt nicht da Boah, nein Freude auf'n Dach Meine Shotgun ist noch da Mosi Ja Rücks raus Rücks raus Wirst du nicht rausrücken? Den Rucksack Los, er damit Ich hab nix Drei Ich bin klein und einsam und hab nix Scheiße Ja nö Mein Rucksack ist weg Hm Dann fehlt mir jetzt ne Rucksack Aber die kann man schnell nachmachen, ne? Die sollte drin sitzen Aha So Ah, da kommt wieder wer Achtung Krankenschwester Achso, Achtung mal wieder Tür aufmachen, oder wie? Ne Ich war da bis den Kopf durchstreckt Erwischt Hast du? Ja Oh Hund, Achtung Hund, 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 Hund Hör zu Alle, alle kaputt Tür zu, Tür zu Und der Hund ist drin Es gibt doch nix Alter Vater Noch nix Noch n Hund Ah, bitte nicht die Tür aufmachen, ich bin so gut wie tot Da ist ne Hammer mich Hammer Schemade drin Ja, da steht noch n Köter voll So, ich bräuchte mal Leder Strippen, bitte Ah, ich kann welche machen? Achso, ich kann ja Ja, sehr gerne Na komm, guck dich die Tür, du Sack Irgendwo noch fertiges Leder Ich hab ja auch noch Leder Hier ist Unfertiges Leder Ja, und ich bin grad auch so glücklich Soll ich mal die Tür reparieren, oder geht er noch? Ich reparieren Wie viele Strikes brauchst du? 15, kommst du da aus, oder? Ne, ne, 4, 2 oder so was Für ne Crossbow 2 für 3 Ey, du hast 15 sicher mehr als 2 Definitiv, ja Braucht doch irgendeiner ne Crossbow? Mosi? Ich bräuchte ein Jahr Ja Du willst zu haben Das ist aber lieb Ich hab nur noch 4 9mm Bullets Ich stell mich mal hinten ins Bad, bevor ihr nächstes mal die Tür aufmacht Oh, kurz vor 6, schnell noch eine kurbeln Was fällt mir denn? Ich hab Sticks, ich hab Leder, ich hab, äh, Rausch-Iron, kann ich keine Crossbow machen Hast du Sticks? Sooo So ein Bug Ja, manchmal wenn die Sachen gerade aus dem Croptingfeld kommen, die du machen willst, dann kannst du die nicht direkt benutzen um damit irgendwas zu craften und... Ja, weiß ich... Ja, weiß ich nicht, das ist ganz komisch Musik, Crossbow dich da am Boden Danke Bitte, äh... So So Wir hatten da Golden Rock gesammelt so viel Mein Gott Ich hab was mitgebracht So ein bisschen So ein bisschen So Mädels, hat einer Lust für mich? Oh, warte mal kurz Ja, ich hab dich gleich, warte Warte Erstmal reparieren So, warte Soll ich's erstmal weglocken? Oh, ne Graue Wo ist denn jetzt? Machen wir nochmal nach Jawoll Achtung! Oh, wie das nicht! Ich schieße nicht mehr auf das Kopf Achtung! Morische Action aber 1 2 3 für auf jahr einiges los hier das war die kleine schwester und da kommt ein großer bruder der passt nicht durch ich hänge fest wer will noch was hier keine ruhe so ein paar crossword balls hier 30 stück ja 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 haut mal um was ich hab da jetzt gekriegt ja toppe sahen soo und schauen wir mal was haben wir denn hier schraub ganz lax an Höhlen da ist ja schon ein halbes minibike drin das ist der Hammer ja da hinten sind Höhlen ich markiere ah ne das könnt ihr ja nie sehen da müsst ihr mir mal folgen da sind zwei Höhlen sogar hintereinander 288er shotgun barrel guck mal nochmal shotgun barrels könnte ich auch schon machen ja da hab ich tausch mal gerade hier eins shotgun barrel kannst du machen habt ihr denn werkzeug alle dabei will ich hoffen das ist wenn du in der küche stehst obere reihe und dann die rechten beiden oberen schränke alles voll hier in der blogs habt ihr doch sieben crossbow schuss hier vorsicht haben wir das schon was du drin wo war ich drin in diesem camp ja hier dürfte nichts mehr sein wo bist du jetzt doch hier ist noch mal ein untouch der queen mal gucken weil ich dann rucksack hier läuft noch mal fleisch auf der straße aber die lassen wir, glaube ich, erst mal. Nordisch hat er doch vorhin so leckere Höhlen gefunden hier. Ja, hoffe ich. Ich glaube, da sind wir auf dem Weg hin. Taschenlampe! Ja, ich auch. Ich renne ihm zumindest hinterher. Naja, ich bin dann vorbeigelaufen, als ich 30.000 Mal gestorben bin. Was ist denn das für ein Bug? Das kann doch nicht sein, Leute. Ich habe eine Taschenlampe gehabt und die Shotgun ist mir weggebackt. Hier, schon mal eine Höhle. Achtung. Noch ein Luschern. Mua. Dunkeln ist gut munkeln. Pilze. Na mit. Pilze. Mal gleich, Marty. Wo seid ihr denn? Aber dein Trip für Dachstüben. Da hinten? Ach, du Heiliger. No. Tagsüber ist auch ganz gut viel Arbeit. Was haben wir hier? Hier haben wir Kohle, glaube ich. Müsste Kohle sein. Aber war es nicht so, dass man das vegetarische Stewie jetzt auch mit Pilzen macht? Ja. Wollte ich doch schon sagen. Das wollten sie doch mal ändern. Also nicht mal mit Blueberries, oder was? Mit Blueberries hast du auch vorhin nicht gemacht. Ich glaube, da hast du Kartoffeln, Mais und Wasser, ne? Einfach ohne Fleisch, ja. Okay. Und jetzt mit Pilzen. Weil ich würde eher aufsparen, falls wir die Antibiotika es finden. Ah, Pilze findest du überall. Wieso Pilze, Antibiotika? Das ist Hörbel. Heute haben wir die Antibiotika. Ach, Hörbel. Okay, habe ich so noch nie, habe ich das Rezept auch noch nie gefunden. Ich habe schon ausprobiert und alle Formen und Farben und, äh... Oh, hier haben wir Led. Led und Kohle. Ne, Potassium ist das. Potassium. Oh, sehr gut. Potassium ist mega, mega gut. Ah, hier ist Potassium ohne Ende. So, wir gehen jetzt mal Gruppen, äh, Gruppenkloppen hier. Mining machen. Ja, fangen wir mal in der großen Höhle an hier. Sonst komme ich gleich nochmal nach oben, damit ihr uns auch findet. Das geht schon ein ganzes Stück rein. Oh, ich habe kein Vorsicht. Hier ist auch noch eine. Ja, aber mein Weg zu euch führt mich gerade quer durchs Militärcamp. Ja, das soll's auch... Dann bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen hier. Ja, ja. Das ist noch eine Mine. Obwohl, da fehlen schon viele Minen. Aber hier liegen noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück sehe ich gerade noch hier. Ja. Da sind noch alle mit. Oh, 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 oh. Knapp. Na komm, lassen wir erst mal. Peng, 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 peng. So, dann... In den Höhleneingang, ich fiddelte, sag mal Bescheid, dann komme ich hoch. Tunfisch. Lecker und naherhaft ... D-d-d-di-d-d-d-d-d-d protein ... Nein, wir müssen noch ein paar з semdi ... Hallo Schwester. Oh, daneben. ach noch ein dicker auf dem eisen wird 6 jahre ja vor allem ohne stamina wie ich gerade ja ich kann auf alkohol das geht wohl ja gut ja eigentlich kann man die erkennen sind nicht so schlimm eigentlich dann tu das der ist direkt ob du wirklich richtig liegst siehst du wenn das licht ausgeht es war nur ein kohle vorkommen da soll ich einen grünen fall an wackeln kommen eigentlich müssen wir das erkennen auf der karte wo bin ich denn du bist aber ganz weit weg du bist aber ganz weit weg von uns ja ich komm du bist ja in die falsche richtung achso kaffee sonst komm ich gleich mal zum eingang dann kannst du es leicht erfüllen und ein Magnum Frame und ein Orange und noch ein Bier lieber Glutgott ich bitte dir bitte gib mir noch ein Bier leicht monotone Arbeit ich habe gleich habe ich nicht irgendwie ein Streichholz dass ich die Tasse blockieren kann ach so bei dem und der Untertitelung des ZDF für funk, 2017